Mein Name ist Viktoria Schöngründner. Ich arbeite hier bei der Semperit als Verfahrenstechniker im Spritzgussbereich in der Abteilung Semperform. Ich bin Alois Legenstein und arbeite als Rolloutmanager bei Semperit im Bereich Semperflex. Das Segment Semperflex ist inzwischen einer der größten Hersteller von Industrie- und Hydraulikschläuchen weltweit. Meine Abteilung, das Rollout-Team, beschäftigt sich mit dem Ausrollen von Prozessen und Produkten auf andere Standorte. Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die technische und organisatorische Unterstützung unserer Produktionswerke. Die Abteilung Semperform liefert kundenspezifische Formartikel. Die werden im Spritzgussverfahren oder auch im Pressverfahren oder auch in der Extrusion hergestellt. Wir begleiten den Kunden somit von seiner Spezifikation bis hin zum serienreifen Produkt. Mein Weg zu Semperit hat schon begonnen während meines Studiums. Ich habe Kunststofftechnik studiert an der Montano Universität Lioben und habe dabei schon gemerkt, dass mich der Elastomer-Bereich am meisten interessiert. Ich bin deswegen bei der Semperit, weil ich bei der Semperit die Möglichkeit habe, meine fachlichen und technischen Kenntnisse optimal einzusetzen. Spannend an meinem Beruf ist vor allem, mit verschiedenen technischen Herausforderungen zu tun zu haben und auch verschiedene Abteilungen miteinander zu koordinieren. Der wesentliche Vorteil der Semperit ist die klare Kommunikation der Strategie, welche auch für jeden klar erkennbar ist. Die große Herausforderung ist es für mich persönlich, die Tradition im Unternehmen mit den neuen Innovationen, die man natürlich als Techniker immer wieder durchsetzen will, zu vereinen. Und dabei auch die ganzen Abteilungen, die dabei natürlich unterstützen müssen, mitzuziehen. Was für mich das Spannendste an der Semperit ist, ist die Semperit zu begleiten, wie sie sich von einem lokalen, tätigen Gummiproduzenten zu einem internationalen, tätigen, globalen Unternehmen entwickelt hat. Für mich liegt der große Vorteil darin, dass Semperit in Österreich gegründet wurde und somit auch tiefer Wurzel in der Region ist und gleichzeitig aber ein riesengroßes Unternehmen, in dem man global alle Chancen hat, die man möchte. Die Semperit ermöglicht mir auch, durch die Tätigkeiten in Asien und Europa für unsere Produktionswerke mit verschiedensten Kollegen und Kulturen in Verbindung zu treten. Das gute Betriebsklima und die vielen interessanten Aufgaben und Tätigkeiten im Rahmen der Internationalisierung sind die Hauptmotivation für mich, bei Semperit zu arbeiten. Wegen der vielen technischen Herausforderungen und meinen netten Kollegen arbeite ich sehr gerne bei der Firma Semperit. Das gute Betriebsklima und die Kulturen in Verbindung zu arbeiten.